Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 4. November Aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottesgabe ist es. Epheser 2, Vers 8 Ein Christ wurde einst höhnisch gefragt, sie wollen wohl besser sein als wir. Er antwortete, ich glaube nicht, dass ich besser bin, aber wir Jesusjünger haben es besser. Davon sind übrigens die meisten Menschen überzeugt, dass wirkliche Christen es gut haben bei dem guten Hirten. Ja, warum glauben denn dann nicht alle Menschen an den Herrn Jesus Christus? Sie sehen das Erlangen eines neuen Herzens, den Glauben, die Heiligung des Lebens, das Seligwerden für einen hohen, fast unübersteigbaren Berg an. Ich stand manchmal vor den gewaltigen Felswänden der eigenen Nordwand, Mit Schaudern dachte ich daran, wie viele Bergsteiger an diesen Wänden umgekommen sind, und ich wusste, ich jedenfalls werde diese Felsen nie ersteigen können. So steht manches Herz vor dem Evangelium. Es wäre schön, wenn ich glauben könnte, aber das ist zu schwer, ich schaffe das nicht. Wer so verzagt an seinem Können, dem spricht unser Textwort tröstlich zu. Das Evangelium ist wirklich eine frohe Botschaft, denn hier handelt es sich nicht darum, unerreichbare Felswände zu ersteigen. Gottesgabe ist es, ruft der Apostel. Nicht aus euch, eure falschen Vorstellungen machen es euch schwer. Gott ist bereit, uns alles zu schenken. Es geht nur um das Verlangende, bereiter Herz. Davon hat schon der Dichter des hundertsten Psalms gesprochen. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Herr, tue dein Gnadenwerk auch an uns. Unser Herz verlangt nach dem Frieden, den du durch Jesus schenkst. Amen. Jesus Christus segne dich. Amen. 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 Vielen Dank.